Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal wieder zum Hühnervideo und da habe ich halt dafür die Wildkamera. Da ist im Garten als Tiler so ein Wildverbisszaun. Da habe ich die unten in die Maschen vom Wildverbisszaun gehangen. Eine Audiospur, eine Originale gibt es dazu nicht. Genau weil wir da mit der Nachbarn im Garten saßen und uns unterhalten haben, genau deswegen gibt es da keine Audiospuren. Und weil die Qualität von den integrierten Mikro mich jetzt nicht so tausendprozentig begeistert. Genau. Mikro mich jetzt nicht so tausendprozentig begeistert. Musik Mikro mich jetzt nicht so tausendprozentig begeistert. Musik 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 Und hat euch dieses Video gefallen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst die Glocke läuten und hier an der Seite seht ihr dann noch Video-Vorschläge, könnt ihr auch mal draufklicken, wenn sie euch zu sagen.